Hallo Freunde! Ich bin gerade dabei, unsere heutige Gute-Nacht-Geschichte abzufeuern! Oha! Bullitt, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yes, sir. Was hat das jetzt mit dem Mädchen auf sich gehabt? Ja, einfach mal random mit dem Zeltlager gepinnt. Ja, eins sind wir die Taschenlampe, okay. Da ist er. So, was haben wir hier? Was hast du jetzt... Ah, die nächste? Hmm, hier ist ein Tape drin. Vielleicht sehen wir, was da drin ist. Mithilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Und dann... Aha, versuche doch nicht immer ein Proposörer das Video. Wie kann ich hier langsam und... Jetzt geht hier irgendwie gar nicht mehr? Ah, okay. Das ist das Poli... Ach, das ist ein Polizeiauto. Du jetzt rabbi's. Hä? Das ist jetzt... Hä? Ich will jetzt hier raus. Lass mich in Ruhe. Jetzt. Check ich irgendwie grad eben nicht. Also ich muss... Videos ansehen. Ich versuche den richtigen Moment zu finden und pausiere dann das Video. Ich versuche den richtigen Moment zu finden und pausiere dann das Video. Das ist jetzt der Hund. Aha! Ach, so läuft das. Okay. Das... Das... Das war nicht hier mit dem Tape. Hat er... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich werde es zusammen, Alice. Okay, das ist... Interessant. Das ist wahrscheinlich Peter's. Vielleicht kann Bullitt einen Cent holen. Bullitt! Du wirst wissen, was zu tun, Junge. Das ist wie ein Training. Oh, guter Junge. Du wirst gut in der Forst, wenn du nicht so stark bist. Hey, stopp, 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 Hund. Wo ist er denn jetzt hin? Scheiße. Ach, da. Wie du halt einfach auch nix siehst, ne? Stabil. Richtig stabil. Ich würde mich im Dunkeln einscheißen. Ohne Mist. Hey, buddy. Was ist falsch? Äh, Hund? Warte. Ich weiß, buddy. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Bleib dicht, Bullitt. Ist das ein Zeichen der Vererbung oder eine Warnung? Zerstören. Better now, Bullitt. Ich weiß. Ich bin in Gänze total verwurrt. Ja, genau. Alter, du bist so bekloppt. Arsch finst am Wald, solche Dinge. Junge. Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Ich versuchte dich für viele Stunden. Erst du Kind und jetzt du. Es ist wie, das nur was ich mache, ist nach jemanden in dieser Gehäuse. Wo bist du denn? Wir gehen nach Ravine und gehen nach vorne, nach einem alten Campsite. Warte, was? Wir gehen durch diese Region. Wir haben keine Campsite. Wir haben keine Campsite. Also, du hast auch Peter's Cap. Listen. Wir sind noch auf dem Weg. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Für Christ's sake, Ellis, stop zu spielen als Heroin. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Emmett, holen die Campsite und gehen nach vorne. Ich will einen Landmark, etwas für dich in die richtige Richtung. Ellis. Ich werde dich auf dem Weg. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Ich hoffe jetzt einfach Stutt und Hunde enteiern. nicht dass ihr denkt... Ach ja, wieder das Zeichen. Wir machen... Wir beruhigen den Hund, ne? Ich wundere dich. Wundi, beruhig dich. Zerstören. Es ist okay, Mann. Es ist alles weg. Siehst du? Das ist Arthur. So gut. Ok Was ist los? Was ist los Hund? Ok, hier wird's Speicherpunkt Ach komm eh Was ist, oh, was ist hier? Das ist genug, Spencer Ja, das ist genug, ich gehe nach Hause Bleib uns fest, Alice, über und aus Ich glaube, wir haben die Ravine gefunden, was du sprachst Welche Updates auf deiner Seite? Nach dem Game tun einem die Füße weh Ja, bei dem rumgeworke Ja, ich denke mal eher hier, das ist eher Man kann das hier, was weiß ich, wie, also man kann das hier, denke ich mal richtig in die Länge ziehen, indem man sich hier solche Easter Eggs anguckt oder so Was hat er denn? Oh Ähm Einen Schokoriegel Na ja, ich denke, ja, also ich glaube hier, dass Man kann ja viel, glaube ich, rausholen, indem man sich hier die Umgebung anguckt oder so, denke ich mal Ja, also ich habe einen Stream gefunden, das steht, das hieß Full Game oder so oder Full Gameplay Okay Und das ging ungefähr dreieinhalb Stunden Aber da habe ich halt, ich habe halt nicht geguckt Ähm Wo ist er denn hin? Hier? Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, aus Spoilergründen bei sowas, da sollte man sich halt nicht, wo ist ein Hund jetzt hin? Scheiße Und? Hier Warte denn Äh Bleib doch mal her Ah, oh, neues Tape Aber ich finde die Spielerei nicht finster in Ordnung, sagen wir es mal so, das hat so ein bisschen Ich würde ja nicht sagen, Resident Evil 7 Likes oder so, ne, aber Es ist von der Machart her, es ist nett gemacht Was ist das? Das ist Peter Das ist Peter Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, Peter Bolle, er bewegt, Kind Stein Peter Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, Peter Bist du der Hinweis? Das wäre jetzt hier wieder zu wissen, ne? Ellis, die Base Peter Peter nicht weg, er wurde schädigt. Ich habe eine Tape, die zeigt, der Mann, der es hat Was? Wie 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 Selbst wenn das wahr ist, kann ich dich alleine lassen. Du hast keine Wahl. Schau, ich mache nichts stupides. Ich werde ihn finden und warte, um dich zu treffen. Über und aus. Nein, Alice, warte, Gott sei Dank! Du hast ihn in den Trenchen gesehen, die ich früher gesehen habe. Komm mal, Bulli. Mal schauen ihn aus. Eingebildet oder so. Irgendwie so'n Blödsinn. Warte mal, wir waren bei den Krä... also ich... Da... Wir suchen in Stein, oder? Ja, Boy... Such... Oh, oh, oh... Undi... Wir gucken uns noch mal das Video an. Die Brotkommenspur... Das ist das... Was hat der hier gemacht? Das ist das Ding, was heruntergeflogen ist. Was? So, Baum pflückt... Hier muss es doch irgendwas damit auf sich haben. Genau, das ist... Mensch, blabbern... Das ist der hier, ne? Hast du was? Äh... Hä? Ich versteh noch nicht so richtig diese Rätselmechanik. Ob ich jetzt nun weiß... Ob ich, äh... Das Event-Trigger, sag ich mal... Dass ich da jetzt hier weiterkomme. Aber eigentlich war der Boden ja eher... So... Von hier bin ich ja gekommen. Das hat's mir ja hier auch angezeigt. Geht das hier irgendwo weiter? Okay. Uh... Na, hat er was? Nö. Was soll ich hier Videos ansehen? Die Brotkommenspur... Aber was soll denn das jetzt hier sein? Ne, aber hier bin ich... Ne... Hier bin ich verkehrt. Das ist nicht das richtige Scheiße. Kacke. Kacke. Ah, das... Ist das der dumm gestürzte Baum? Jetzt... Jetzt sieht doch alles gleich aus. Ist doch Scheiße. Hast du was? Ne. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. König ich jetzt einfach mal durchluften? Oder... Wie sieht das so aus? Ich... Das hier ist ungeknallt, ist doch scheiße. Aber ich habe hier noch irgendwas vergessen. Das sieht auffällig aus, das sieht auffällig aus. Verstehe ich gerade eben nicht. Nein, das sehe ich auch nicht mehr. Hey, Mann. Komm hier, Mann. Kann man hier nie mal rennen? Gibt es ja auch mal eine Missionsangabe, dass man ungefähr wisst, wo man hier ist? Scheiße. Du siehst halt hier auch nichts, ne? Also das ist... Ja. Semi-geil. Ich habe mich, glaube ich, overlaufen. Na gut, was soll's. Ich sterbe halt beide. Was soll ich mit den Hund suchen? Bullitt, sieh! Na? Oh, du hast nichts? Scheiße. Na? Boah, was ist denn hier? Hallo? Jetzt. Hier. Oha. Oha. Das Licht. Aber jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder? Ich weiß halt nie, warum... Warum der halt jetzt auf jeden Fall so langsam ist. Verstehe ich jetzt nicht. Ich gehe, ich... Ich überschreibe das jetzt hier einfach mal. Kapitel 4, die Rostlaube. Was? Ich bin schon bei Kapitel 4. Liegt dort irgendwas? Von hier sieht's halt auch alles gleich aus. Das... Also... Wald halt, ne? Hier kommen wir mit zu. Obgok im Nenner. Scheiße. Ich muss halt nur mal das Video angucken. Ich... Ich weiß halt, mir was... Was... Video. Was ist denn das überhaupt? Die Karre? Nee. Die E-Select und Off. Äh. Hm? Aha. Freunde der Sonne. Jetzt wird's hier nochmal anders wild. Was ist denn... Ey, wieso rennt denn der Ficker hier nochmal? Scheiße. Wartet mal. Einstellung. Steuerung. Controller. Bewegen. Laufen. Drücken. Verdammt. Okay, wir gehen jetzt hier drauf. Was ist denn, wenn ich jetzt... Alter, das sieht doch nie so aus wie auf dem Ding. Hä? Ich weiß halt nicht, was ich hier machen soll. Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich hau euch mal im blauen Bildschirm rein. Ich google einfach mal nach, was jetzt hier abgeht. Was gibt es Schöneres, als überall Leichen zu sehen? Ha 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 ha. Okay, wir gehen jetzt hier mal zweiter. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielen Dank.